Yo! Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, es geht weiter und zwar battlen wir uns einfach nochmal in diesem witzigen Format und zwar Errate den richtigen Strohhalm. Letztes Mal ging das für Dima nicht so gut aus. Hey, war das cool oder was? Wahrscheinlich. Und diesmal battlen wir uns nochmal drum. Das Spiel war echt, echt witzig. Die Geschmacksknospen werden auf jeden Fall auf die Probe gestellt. Deswegen, Freunde, ich will gar nicht viel labern. Let's go! Deswegen, hier sind noch voll viele Flecken. Diese Konstruktion wird auch ein letztes Mal benutzt. Okay, der Verlierer zum Schluss muss von allem ein Gemischtes trinken, ne? Was? Ja, ja, ja. Ich hab blau. Du brauchst gar nichts hin. Was ist das? Ich hab gelb und du hast rot. Alles klar, ich bin vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Oh, jo, jo. Ich hab ja schon das Gefühl, dass das das Schlimme ist, ne? Was ist das? Ganz so sicher? Was ist das hier? Lecker, glaube ich. Okay, warte mal. Sonst würde ich den noch mal trinken. Lecker. Das stimmt. Es ist nicht lecker. Also mir schmeckt es nicht. Aber es ist auch nicht schlimm. Ist das süß? Oh, fuck, ey. Ich weiß es nicht. Ja, es ist süß. Es schmeckt wie Wasser mit Zucker. Hä? Was kann das sein? Kokoswasser? Nein. Das ist nicht Kokoswasser. Ja, scheiße. Ich hab verkackt. Aber was sagst du? Eine von uns hat dieses Ekelige bekommen. Warte. Rosenwasser. Rosenwasser? Wasser mit Zucker. Nein. Du hast das gesagt. Es schmeckt wie Wasser mit Zucker. Nein, Alter. Aber voll tricky von dir, ne? Wasser mit Zucker. Wasser mit Zucker. Ja, ja, ja. Was ist das? Wer ist der Nächste denn? Smiley. Ich? Ja. Oh, das ist rot. Blut. Menschenblut. Tabasco. Oh, erster Punkt für Smiley. Aber das war auch leicht, oder? Ja, das kriegt man echt leicht draus. Okay, das bin ich. Dima. Boah, das ist schwer. Ich kenn das. Okay, voll. Scheiße, was könnte das sein? Traube. Irgendwas mit Traube. Traubensaft mit Traube. Scheiße, Alter. Das ist so weit weit entfernt von einer Traube. Sei glücklich. Lieber, du hast es jetzt als später diesen merkwürdigen, gemischten Drink. Ja, verlassen Punkt. Erster Punkt an Smiley. Runde Nummer 2. Let's go. Runde Nummer 2. Du darfst diesmal anfangen. Digga, ich will das nicht. Blau. Achso, da stellt die Farbe drauf. Ja. Blau. Rot. Wir tauschen Plätze. Alles klar. Smiley. Let's go. Ey, ich sehe es schon, Digga. Ich habe doch wieder das Reulige. Wird er sich den zweiten Punkt holen? Diese Mär erfahren wir sofort. Okay, ich habe auf jeden Fall wieder das Reulige. Das war keine Schadenfreunde. Noch einer. Noch einer. Damit du sicher bist. Das ist irgendwie salzig. Aha. Lecker, oder? Sauerkrautsaft. Champignonsaft. Wow. Kann man auch Champignonsaft machen? Wie es aussieht schon. Man kommt auf diese Idee, dass du machst. Bin ich jetzt? Kreudig. Da kommst du niemals drauf. Champignonsaft, ey. Wer hat das mal getrunken? Ich komme niemals drauf. Aber du hast das leckere anscheinend. Das ist irgend so eine Ersatzmilch. Aber ich weiß nicht, ob das Soja oder Mandel oder sonst irgendwas ist. Haffa. Das gibt zu viel. Und? Deine Antwort? Soja. Mandel! Scheiße, Mann! Alter, die schmecken alle gleich, Mann. Okay, let's go. Okay. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt nach Eistee. Ja, was war da von das eklige? Deins. Ja, safe, Alter. Champignonsaft. Aber ist das Eistee? Ich weiß es nicht, ey. Eistee, Zitrone. Ingwer-Shot? Was? Nie im Leben. Das schmeckt voll gut. Ingwer? Das schmeckt 0,0 nach Ingwer. Okay, wir haben alle verkackt. Keiner kriegt einen Punkt. Egal, ich führe immer noch. Wir gehen zur Runde Nummer 3. Runde Nummer 3. Let's go. Ey, ich hatte bisher nur räudige Sachen gemacht. Aber du hast deinen Punkt. Freu dich, Alter. Aber hier kommt alle. Rob, ich hab Rob gelegt. Wir tauschen. Blau. Komm, Alter. Der kann noch nicht zweimal hintereinander. Das ist mein erster Punkt, Freunde. Oh, mit der Ansage. Mach die so, okay. Komm, ich seh's. Ist das das Ei wieder? Ist das was Gutes, oder? Der Punkt wird nix. Alter. Ich kenn das. Da geht noch einer. Nee, nee. Also dann hab ich das heute getroffen. Also, es schmeckt ein bisschen nach Käse. Aber was kann denn? Gibt das Käsegetränk? Mann, das wär so räumig. Oder dann mit Wasser verdöhnt. Ja. Boah. Boah. So reine Käse in ein Wasserglas. Könnte auch schon fast in so eine Kefir-Richtung gehen oder so. Aber es schmeckt Käse-Dip. Käsesauce. Hollandaise-Sauce. Scheiße, ich hätte drauf kommen. Stimmt, Alter. Ich liebe Hollandaise-Sauce. Oh Mann, ey. Ich hätte mich... Die Sache ist, ich hab mich so... Ja, ich konnte es so schwer einschätzen. Ach, egal. Manchmal ist es so ärgerlich. Du weißt, du kennst diese Sache, aber kommst nicht drauf. Aber immer noch keinen Punkt. Wenn die mal jetzt einen Punkt holt, dann ist kritisch für mich. Nee, im Leben. Alter, was ist das? Du kommst auch nicht so begeistert. Das kenn ich nicht. Das kenn ich einfach nicht. Ist es denn lecker? Ich werd niemals im Leben drauf kommen, was das nicht sagt. So, Solandaise. Wie konnt ich nur? Ey, Schande für mich selbst, ne? Nee. Ich bin gespannt, was es ist, was? Das ist... Nee, ich kenn das nicht. Das ist Hollunda oder sowas. Hollunda. Nee, ich sag Hollunda. Keine Chance. Tronicwater. Ja, das erkennt man doch. Dima. Das war aber doch das Leckere dann, oder? Okay. Kein Punkt für Dima, kein Punkt für mich. Wird Smile Designs zweiten Punkt bekommen. Oh Mann, Alter. Langsam wird es ein bisschen. Die Sache, bei den ekelhaften Sachen, die sind zwar ekelhaft, aber du kannst hier das hier schnell erkennen. Ja, das ist leichter. Wie es aussieht, schmeckt es. Erkannt sich. Erkannt sich. Lipton Sparkling. Oh Gott. Oh Gott. Seven ab. Scheiße. Er war echt selbstsicher. Toll. Aber es schmeckt auch voll ähnlich. Wahrscheinlich, ja. Schmeckt nicht zäh. Keiner, ey. Immer noch. Smiley, nur einen Punkt. Alles klar. Let's go, Runde Nummer 4. Jetzt wird es aber, Freunde. Runde Nummer 4. Bitte nochmal. Lass anfangen. Ich brauch einen Punkt. Ich will nicht nochmal eine Scheiße trinken am Ende. Blau. Okay. Und ich hab dann Gelb. Fang an, Smiley. Okay. Oh, bitte nicht. Er darf den Punkt nicht bekommen. Er darf es nicht. Er weiß es, glaube ich. Er weiß es, glaube ich, oder? Das schmeckt ihm auf jeden Fall. Ayran. Zweiter Punkt für Smiley. Die holen sich schon vorbei, oder? Ja. Geil. Ayran, ich liebe es. Den hätte ich auch für uns. Safe. Uda. Was ist das? Ich weiß es einfach nicht. Schmeckt es ecker? Das ist schon wie so eine Milchkacke, Alter. Milchmädchen hatte ich das letzte Mal schon falsch gesagt. Irgendwie sowas in die Richtung, was ich nicht so richtig einschätzen kann. Milch ich auf jeden Fall. Milchmädchensorge. Kokosöl. Bäh. 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 Scheiße. Okay, ich muss jetzt diesen Punkt holen. Deine Chance. Scheint lecker zu sein. Bier. Ich weiß sogar, dass es Kölsch ist. Ich habe es ausgeschluckt. Meine letzte Chance hat oder was? Die macht. Du hast noch zwei Chancen. Ich nehme dieses Format. Aber es könnte wieder übel für dich werden. Wenn du die nächste Runde keinen Punkt holst, dann kannst du mich nicht mehr einholen. Okay. Runde Nummer 5. Die vorletzte Runde. Let's go. Komm schon. Komm schon. Ich brauche noch einen Punkt. Ich brauche einen Punkt. Blau. Rot. Gelb. Okay. Du kommst darüber. Ui. Boah, da kommt aber viel raus. Es ist fruchtig. Fuck. Bitte nicht. Aber es kann alles sein. Schmeckt echt lecker. Aber es kann alles sein. Ich weiß nicht, ob... Boah. Ich müsste einmal gucken. Okay, es ist Saft und keine Milch. What the fuck. Oh Mann. Ananassaft. Ananassaft. Ah. Komm. Da kommst du nicht raus. Richtig, dass der Punkt nicht gekommen ist. Bin ich jetzt? Ja. Du musst jetzt erraten. Ich muss. Hä? Die mal. Doch, ich bekomme nur Scheiße die ganze Zeit. Ja, ich riech's auf jeden Fall auf mich. Boah. Ich schau. Was ist das? Ich weiß, was es ist. Ich hab's gerochen. Echt? Ja. Ja. Das Ding ist ganz schön, wie das so viele sei, ne? Ich bin heute voll die Scheiße. Das ist ähm... Was ist das? Es ist unmöglich, dass du erraten. Es ist eingelegtes irgendwas. Paprika, Habaneros, Jalapenos. Irgendwas. Wasser von diesen eingelegten Sachen. Aber es ist unmöglich, dass es riecht zu erraten. Ich sag Jalapenos Wasser. Das ist Hörsoße. Uiuiuiui. Aber alles noch drin, Dima. Nächste Runde könnte vielleicht deine letzte Runde sein. Wenn ich verkacke, Smiley ist echt... Da kommt nichts. Fester Saum. Ich glaube, da ist einfach zu wenig drin. Sesamöl. Sesamöl. Was? Mit dem spielen wir nicht mehr, oder? Fred hat dieses David über gekocht früher. Ja, natürlich. Ist so. Erstmal über das Sesamöl-Trinkpäckchen nach der Schule. Diese Körper kriegt man nicht. Krass, aber ja, ich rieche es sogar. Sesam ist in der Luft. Ja, voll. Heftig. Okay, ja, drei Punkte, ein Punkt, null Punkte. Wir kommen zur finalen Runde. Dima, deine letzte Chance. Ich hab so Angst, ich will das nicht. Let's go. Gut, Smiley hat ihr gewonnen. Dima, du darfst anfangen. Universum, bitte, connecte mich. Ich brauche einen Punkt, Alter. Das geht nicht. Blau, okay. Das geht nicht. Ich hab das letzte Mal schon gewinnt. Rot. Rot. Okay, ich hab Geld. Fang an, Dima. Gönn dir. Komm, bitte. Falco, was ist das? Ich weiß nicht. Seltsam. Ich würde sagen, das ist so lecker, oder? Weißt du es? Oh, zum Glück. Boah, es stinkt. Es stinkt übertrieben. Boah. Was ist das? Benzin? Das kann man nicht... Bitte geh weg von mir, das riecht wie Käsebärchen, Alter. Jungs, das... Ich weiß es nicht. Das kann man nicht wissen. Das ist so eine Magi-Soße. Das ist so ein Gewürzding, Alter. Das ist so hochkonzentriert. Kannst reden. Es riecht so asiatisch hier im Raum, ne? Ich finde, es riecht nach Käsebärchen. Ja, es riecht so eine Soße, die ich vielleicht nicht mal kenne. Alter, ich sag einfach Magi-Soße. Fisch-Soße. Fisch-Soße. Deswegen roch es so asiatisch im Raum. Scheiße. Die mal. Komm es mal, die machen wir gleichzeitig. Ja, komm, ich riecht so. Ich riech nur Fisch-Soße, ey. Boah, das ist eklig, Alter. Mh, Mais-Saft. Mh, Mais-Saft. Mais-Saft. Mh? Fräncher Mensch kennt Mais-Saft. Ja, das schmeckt halt nach Mais. Flüssige Mais. Also, meins schmeckt auch wieder irgendwie asiatisch. Es schmeckt, ich weiß nicht, ob es schmeckt nach Sesam. Ich kotze gleich von dieser Fisch-Soße, das ist ja ekeler. Du darfst gleich rauskriegen. Ich weiß nicht, Alter, es schmeckt nur nach Sesam. Spiel auch keine Rolle, du hast verloren, Team, aber ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendeine Asiat-Soße. Mais-Pier. Krass. Okay, wahrscheinlich habe ich noch irgendwie Reste vom Sesam rausgeschmeckt. Aber naja, prima. Bist du bereit? Ja. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Alles klar, Freunde. Let's go. Boah, das ist super. Ich mach von allem ein bisschen, ja. Es wird ein richtig guter Cocktail. Boah, ich rieche Tabasco. Das kann's nicht werden. Scheiße, wir hätten das wieder das Letzte trinken. Du hast Tabasco, Digga. Oh, Alter. Ich weiß auch nicht, ob sich das alles so wirklich verträgt. Oh, das kann nicht gut sein, oder? Mein Name will so viel nicht Danke sagen. Ja, das ist ja wirklich alles, was es in der Welt Flüssiges gibt, kombiniert gefühlt. Alles, was man trinken sollte eigentlich, alles nein. Man sieht auch, wie so das Öl sich absetzt. Digga, was ist das? Oh nein. Oh nein. Der hat alles kaputt gemacht. Der hat alles kaputt gemacht. Oh, diese Knoppen. Warte, Digga. Ich zeig das in groß. Ich erwarte eine hellsende Auszeichnung für dieses Trinken, Alter. Uiuiui. Digga. Ja dann? Einen kleinen Schluck. Digga, das hat verschiedene Schichten gebildet. Das ist ein Cocktail. Experiment, Alter. Okay. Okay, komm. Okay. Okay, okay. Wo kommst du denn? Rein, David. Wegechsen. Ui, das war ein großzügiger Schluck. Wohoi. Juuuuhu Wie hat's geschleckt? Gar nicht immer so schlecht, Alter. Tabasco hat das echt gelettet, Alter. Ich meinte, doch ist ein guter Top-Tag, ey. Alles klar, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Die haben auch ein Video hochgeladen und ja. Riesen Respekt, Dima. Und, äh, Smiley ist dein Gewinner. Gratuliere, danke. Ich gratulier dir nicht. So, soll an dich, dass ich da auf dich bekomme. Ich wollte auch grad sagen, Digga. So lecker wir sehen uns macht es gut